Und ja, der Preis für den dämlichsten Bull geht an diesen hier. Der möchte jetzt einfach unbedingt diesen Gene erledigen und merkt nicht mal, dass Gene die Ulti bereit hat. Er bedroht ihn, da Gene geht ins Gift, zieht den Bull! Hätte er mal besser den Gene in Ruhe gelassen und sich auf den Rest des Spiels konzentriert.